Herzlich Willkommen bei der Firma Aiva Lame, der Partner für Profis und Bauherren. Seit 1996 lege ich Häuser trocken innen mit diesem System. Aiva Isoklima Thermo HB für Mabotrockenlegung mit einer Calciumplatte. Das ist eine Calciumplatte, keine Calcium-Syrikalplatte, Leute. Das ist eine Calciumplatte, eine reine Calciumplatte. Auf dieser Platte montieren wir Klippschienen und verlegen unser Wandheilungssystem. Hier wird es angewandelt gleichzeitig Wandheilung und Trockenlegungsverfahren. Oft wird auch im unteren Bereich dieses System nur gelegt als reine Trockenlegungsverfahren. Mittlerweile gibt es Bauherren, die sagen, meine Trennwände sind auch nass. Ich lege einfach an die Trennwände mein Heilsystem. Ich tue das extra anschließend. Hier kommt ein zweilagiger Putz, ein Farbanstrich. Diese Wand ist innerhalb von drei bis sechs Monaten trocken und bleibt trocken. Ich habe 1996 zwei historische Deckmahlgebäude mit einer Mauerstärke bis zu einem Meter so drum gelegt. Nach sechs Monaten ist das Mauerwerk trocken. Wie geht das? Ganz einfach. Wasser fliegt immer im Feuchte ins Trockene hin. Hier haben wir eine Putzschicht drauf. Diese Putzschicht ist sowieso trocken durch mein Heilsystem. Anschließend wird von hinten das Wasser nachgezogen. Also dieses System nennen wir Aiva, Isoclima, Therma HW, Trockenlegungsverfahren oder auch genannt thermische Temperierung der Außenwand und oder Trennwände. Dieses System wird mir demnächst eine neue Aufnahme machen, also ein kompletter Film drehen. Wir legen ein Gebäude trocken, das ist teilweise bis zu 1,80 Meter in der Erde drin. Stallung, Scheune und Wohnhaus. In absehbarer Zeit wird dies auf meinem Tutu-Kanal folgen. Das grüne Baustoffregal von Aiva für Sie. Mit Baustoffen und Produktsystemen für wohngesundes Bauen, sanieren im Bestand, effizienter Klimaschutz. Bewährte Produkte, dem Stand der Technik angepasst und das seit über 30 Jahren. Naturbaustoffe und Produktsysteme der Firma Aiva. Unsere Baustoffe werden ohne großen Aufwand wiederverwendet. Sie erzeugen keine hohen Entsorgungskosten. Das ist Bauen der Zukunft. Marke in Bewegung. Ihr Aiva-Team. Untertitelung. BR 2018 Amen.